Wird der Bestandsschutz aus einer EM-Rente für eine spätere Altersrente wegen dem Bundeshaushalt 2024 gestrichen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 3. Januar 2024 eine E-Mail bekommen und zwar möchte der Kunde da wissen, wie er sich gegenüber der Deutschen Rentenversicherung bunt verhalten soll. Er hat also praktisch da mehrere Renten wegen Erwerbsminderung erhalten und die letzte Rente läuft dann Ende Februar 2024 aus und er würde ganz gerne zum 1. März 2024 eine Altersrente beantragen, hat auch irgendwie bei der Rentenversicherung da angerufen und hat um eine Rentenauskunft gebeten und hat dann lange, lange Zeit von der Rentenversicherung nichts gehört und ist ein bisschen unruhig geworden, hat da jetzt angerufen und dort hat ein Mitarbeiter der Rentenversicherung gesagt, ja, ihr Antrag oder ihr Antrag auf Rentenauskunft werten wir als Antrag auf eine Altersrente nach der EM-Rente. Und jetzt hat er wieder nichts von der Rentenversicherung gehört und hat jetzt Angst, dass irgendwas in Busche ist. Er schreibt dann so, ist dieses Verhalten noch normal oder ist da etwas in Busche? Kann die Vermutung zutreffen, dass im Rahmen der Einsparung des Bundeshaushalts der Bestandsschutz beim Ende der EM-Rente und Anfang der Altersrente, nachdem Altersrenten nicht niedriger als EM-Renten sein sollen, wegfällt? Wird das irgendwie gestrichen? Lässt man sich da mit Bescheid Zeit? Was könnte dahinter stecken? Meine Damen und Herren, ich will jetzt einfach mal ein bisschen sortieren, was das eigentlich mit dem Bestandsschutz so sein kann oder sein darf. Und dazu schauen wir uns mal eine rechtliche Regelung an. Ich mache das ein bisschen größer, damit Sie es auch ganz gut sehen können. Und zwar ist das der Paragraf 88 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Und da steht Folgendes drin. Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerennen. Und da steht im Absatz 1 drin. Hat ein Versicherter eine Rente wegen Alters bezogen, werden ihm für eine spätere Rente mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Das trifft es jetzt nicht ganz für die EM-Rente, sondern im Satz 2 ist das Entscheidende drin. Hat ein Versicherter eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen und beginnt spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs dieser Rente erneut eine Rente, werden ihm für diese Rente mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Meine Damen und Herren, der Paragraf 88 ist eine Sonderregelung zur Berechnung der Monatsrente. Und zwar sagt dieser Paragraf 88 Absatz 1 Satz 2 im Grunde genommen nichts anderes. Wenn ich eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen habe, dann bleiben die in der EM-Rente festgestellten persönlichen Entgeltpunkte auch für die Altersrente immer dann maßgebend, wenn die persönlichen Entgeltpunkte in der Altersrentenberechnung niedriger sind als in der EM-Rente. Das heißt also, wir reden hier von einem sogenannten Vertrauensschutz. Vertrauensschutzregelung, Besitzschutzregelung. Und diese Besitzschutzregelung ist in Paragrafen 88 Absatz 1 Satz 2 SGB 6 geregelt. So. Und das bedeutet also, für die Menschen, die eine EM-Rente beziehen oder eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, dass sie zumindest darauf vertrauen können, dass die Altersrenten im Normalfall nicht niedriger ausfallen vom Zahlbetrag her als die Rente wegen Erwerbsminderung. Darum geht es. Und dieser Besitzschutz, meine Damen und Herren, ist keinesfalls in der Diskussion aufgrund der aktuellen Haushaltslage. Also mir ist nicht bekannt, dass die Bundesregierung vorhat, diese Regelung, die ja für viele, viele, viele Menschen in Deutschland extrem wichtig ist, für viele EM-Rentner, deren Renten dann auslaufen und die eine Altersrente danach bekommen, ist dieser Paragraf 88 eine extrem wichtige Regelung. Diese Regelung steht absolut nicht zur Disposition. Da muss sich keiner aktuell irgendwelche Sorgen machen, sondern nur das, was wir auch tatsächlich erst einmal über Online-Medien und andere Verteiler erfahren, dass zum Beispiel beim Bürgergeld hier eine zweimonatige Sperre bei Totalverweigerung geplant ist durch Hubertus Heil, den entsprechenden Gesetzesentwurf, habe ich auch schon gelesen. Solche Dinge sind geplant, aber bei den gesetzlichen Renten ist mir nicht bekannt, dass da irgendetwas im Busche ist oder dass da irgendwie geplant ist, dass man Ihnen hier sozusagen über die Hintertür des Wegfalls des Paragrafen 88 SGB VI dann auch noch die Renten kürzen wollte. Das wäre noch viel schöner, meine Damen und Herren. Also machen Sie sich bitte deswegen keine Sorgen. Wir werden hier natürlich unsere Augen und Ohren offen halten und dann, falls hier in Sachen Rente irgendwas im Jahr 2024 im Busche sein sollte und es Kürzungen geben sollte, die aber aktuell in keinster Weise vorliegen, werden wir davon berichten. Also an alle da draußen im Internet, an alle, die unseren Kanal auf rentenbescheid24.de besuchen, bitte machen Sie sich deshalb aktuell keine Sorgen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.